Norddeutscher Rundfunk 2021 Eggerstein Gebre Selassie Kevin Möwald Ludwig Augustinsson Bringt den Ball jetzt in die Mitte Klasse geklärt Toller Pass, gute Aktion Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden Ludwig Augustinsson Das könnte was werden jetzt Das war Pech, das ist abseits Pah, das war knapp Aber ich glaube er lag damit richtig Kale Jury Es gibt hier Einwurf Gregoritsch Der Ballverlust Vorteil in dieser Situation Ja, und diese Entscheidung ist richtig Gueso Strobl Jetzt müssen sie aufpassen Ne, jetzt ist der Ball doch weg Gebre Selassie Eggerstein Toprak Pass auf den Flügel Keine Gefahr Die Flanke wird abgeblockt Sauberes Tagling von ihm So, was machen sie draus? Da ist die Flanke Da ist die Flanke ins Zentrum Ja, sie können erst mal klären Niederlechner Füllkrug Kevin Möwald Gute Chance für eine Flanke Da hat er die Chance Ja, gibt Ecke Bei dieser Ecke hoffen die Fans jetzt auf die Führung Der Ball kommt rein So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe Wieder ein Eckball Ecke kommt den 16er Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück Und jetzt ist der Ball erstmal raus Fehlpech im Spiel Alu-Treffer und man merkt, das ist frustrierend Diesen Führungstreffer hätten sie zu gern mitgenommen Es ist ein richtig enge Spiel bisher Das sehen wir auch an der Ballbesitzquote Und ich bin gespannt, wie lange es hier noch beim 0-0 bleibt Beide sind allerdings auch zögerlich Ludwig August Hinson Maximilian Ecke Stein Da kommt die Flanke Ja, das sah gefährlicher aus Aber der Ball ist erst mal weg Das macht er gut Ball bis jetzt verloren Schönes Zuspiel Und damit haben wir das erste Tor dieser Partie So, nochmal die Wiederholung Die Szene wird der Trainer der Mannschaft garantiert noch häufiger zeigen Was für ein Ballverlust Und dann geht's ganz, ganz schnell Und der Treffer fällt Das darfst du dir nicht erlauben Sie sind jetzt also in Führung 1-0 Sie sind jetzt also in Führung 1-0 Knappe Pausenführung Es steht 1-0 Das Ding hier ist sicher noch nicht durch Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht Das war natürlich extrem wichtig Eine sehr gute Aktion von ihm Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter Schirmt den Ball gut ab Abgefangen, gut gemacht Füllkrug Steinpass kommt nicht an, abgefangen Hätte eine gute Aktion werden können Klasse Pass jetzt Kann er was draus machen Kann er den Ball behaupten Kevin Möwald Füllkrug Sie geben den Ball bis jetzt wieder ab Gut gespielt, Ball geht nach außen Tobias Strobl Klasse Einsatz Gefährlich Hereingabe Ball ist schon wieder weg, gut gemacht Egestein, Niklas Füllkrug Ball ist wieder weg So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren Da kommt der Pass Ja, ich glaube das könnte Gelb geben Und für dieses Foulspiel wird er verwahrt Okay, die Gelbe kann man geben Die Nummer 23 Theodor Geblas Neu im Spiel Der Trainer dürfte zufrieden sein Sie liegen vorne Mit dem Wechsel will er nun sicher auch für Absicherung sorgen Flanke kommt kurz Vielleicht der Ausgleich bei der Ecke Ecke kommt in die Mitte Ecke kommt in die Mitte Die Gäste werden wechseln Govelyov Tobias Strobl Michael Grigoric Da ist er klasse rangekommen Ja, da war er zur Stelle Sehr gut Hingehächtet Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt Auf dem Platz Den Ball zu erreichen Die Nummer 25 Carlos Bresso Neu dabei Die Nummer 8 Rani Khedira Ecke kommt Der wäre gut gekommen Aber der Schuss wird abgeblockt Der Ball kommt nicht durch Abgeblockt Immer Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen Jetzt das Anspiel auf dem Flügel Leonardo Bittenkurt Ganz wichtig, da muss er hin Gibt einen Wurf Guter Pass jetzt Und damit sind sie am Ball Niklas Füllkrug Das ist Eckestein Den Ball kann erklären Govelyov Neun Minuten sind hier noch zu spielen Ein enges Ding hier Und es kann noch so viel passieren Vielleicht die letzte Chance Hier noch den Ausgleich zu erzielen Florian Niederlechner Den Ball gibt er erstmal nicht her Die Gelegenheit Schön abgeblockt Eckball, gute Gelegenheit Den späten Ausgleich zu machen Die Nr. 11 Michael Gregovic Neu auf dem Feld Die Nr. 27 Alfred Finnbogason Jetzt der Eckball Er kommt an den Ball Per Hechtsprung Klasse gemacht Da hat er gar nichts anbrennen lassen Und das macht ihn als Keeper so stark Dass er solche Szenen gließt Der Ball kommt rein Ball kam gut Aber erstmal ist die Gefahr bereinigt Tobias Strobl Sie haben den Ball Und man merkt wieder alle aufatmenden In der Abwehr Das war gefährlich Auf der Linie geklärt Es hat nicht viel gefehlt Ludwig August Hinshorn Und hier wird es jetzt Zwei Minuten Nachspielzeit geben Sauber vom Ball getrennt hier Aus diesem Einwurf Könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln Ege Stein Gehalten Aber der Ball weiter im Spiel Guter Einsatz Ball ist erstmal wieder weg Das Spiel ist aus Die Gastgeber gewinnen also Diese Partie Aus meiner Sicht War das heute eine gute Leistung Knapper Sieg am Ende Und damit werden Sie zufrieden sein Wir hatten es in der Es ist eine größte